Das Chormodul von The Young Classics hat aktuell 25 Projektschulen über ganz Hamburg verteilt und für die filmische Reportage haben wir sieben Einzelchöre dieser Projektschulen ausgewählt. Eigentlich ist jede Chorstunde schön, weil ich unheimlich gerne singe, total mag mit anderen auch zu singen, die daran auch eine Leidenschaft haben, hier habe ich das irgendwie gefunden. Man kann mal seine ganze Luft einmal rauslassen und sich lassen Luft raus, dass ich mal wieder einatmen kann. Für diese Schüler in der Schule, die Zeit ist ja limitiert einfach und dass dann so ein ganzes Jahr, in dem man miteinander Musik machen kann und singen kann zusammen, dass das dann einfach mal flöten geht, das ist schon wirklich sehr schade. Der Chor ist ein Symbol für gemeinschaftlich was erleben, gemeinsam sich zu präsentieren, gemeinsam die Schule zu vertreten, Young Classics zu vertreten, das ist einfach dieses irre Gefühl, was in der Chorarbeit geleistet wird. Wählt Chor, Leute!